Willkommen in diesem schicken Ford Cougar Trend 2x4 TDCI. Wir freuen uns über den Besuch bei Autos Wismann. Der Motor dieses Cougar ist Schadstoffarm Euro 5 und bekommt die grüne Plakette. Dank niedrigem CO-Ausstoß ist die Kfz-Steuer gering. Die Außenspiegel sind beheizt und elektrisch verstellbar. Hier sitzen sie hoch, hier steigen sie hoch ein, sie sehen viel und es ist bequem. Die abgedunkelten Scheiben hinten sehen schick aus und lassen die Sonne draußen. 17 Zoll Leichmetallfelgen unterstreichen Offroad-Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Sportsitze bieten viel Seitenhalt. Fußmatten gibt es bei uns gratis dazu. Für Sicherheit sorgen 6 Airbag ABS und ESP. Notrad und die heizbare Frontscheibe. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sichert bestes Wohlfühlklima. Zum CD-Radio Sound 6000 gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autofilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Muskulös, sportlich und dynamisch. Mit diesem Kuga werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie, europaweit. Erweiterbar auch bis auf fünf Jahre. Kommen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in Einfachprobe. Er macht wirklich viel Spaß. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service. Da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Auto aus Wismar. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017